Kapitel 1 Übung A9 Wie heißen die Leute? Hören und schreiben Sie! Beispiel Mein Name ist Friedrich Müller. Ich buchstabiere. M-Ü-L-L-E-R Mein Name ist Maria Walter. Ich buchstabiere. W-A-L-T-E-R Mein Name ist Wolfgang König. Ich buchstabiere. K-Ö-N-I-G Mein Name ist Jutta Merkel. Ich buchstabiere. M-E-R-K-E-L Mein Name ist Helga Kohl. Ich buchstabiere. K-O-H-L Mein Name ist Otto Jung. Ich buchstabiere J-U-N-G Ein berühmter Physiker heißt Albert Einstein. Ich buchstabiere. E-I-N-S-T-E-I-N Ein berühmter Komponist heißt Wolfgang Amadeus Mozart. Ich buchstabiere. M-O-Z-A-R-T 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 M-O-Z-A-R-T